Herzlich willkommen Leute zu einer weiteren fantastischen Runde GDR Online. Heute mit Anne, Friezen, Julie, Krabs, Kunder, Nils, Sachse, Tautor, Liquid und Items. Hallo, hallo. Heute nochmal Standardstrecken für unsere Anfänger in Anführungsstrichen, weil die Custom-Strecken sind ja schon ein bisschen krasser gewesen. Ne, die waren vielleicht. Ja, aber die Custom-Strecken waren ja schon wirklich manchmal tricky. Ja, alles klar, wer ist rot? Es gibt nur ein rotes Auto auf der Strecke. Lass mich durch da. War das Absicht? Ich wurde gerade von Liquid. Ich habe mich ganz leicht berührt, davon wäre es aber nicht so weh. Das sieht ja wieder klasse aus. Also, Friezen ist jetzt mein Besucherfeil. Ja, meiner auch. Es gibt nur einen roten Wagen. Es gibt nur einen roten Wagen. Oh oh. Mal gucken, ob ich jetzt hier einen abschießen kann im Looping. Die Map kenn ich. Bis jetzt läuft es noch gut, ne? Ja, ich habe den leichtesten Looping verkackt. Als wäre ich jeder Praktikant, als wäre ich neu. Das habe ich auch gedreht. Gestern im Shooter gewonnen, heute im Rennspiel verloren. Du musst zeigen jetzt. Du bist das Leben. Du bist ja wohl relativ. Beste Team, zweimal. Das ist für mich ein Sieg. Ey. Oha. Ich bin gar nicht Letzter. Was ist los? Ich weiß, wer Letzter ist. Ich habe gerade Letzter. Nein. Egal, das passt. Das passt. Guck mal, wie ich jetzt lande. Ich will nicht sehen, dass das passt. Wer wuchs da von hinten? Ich bumst mich von hinten. Holy shit. Oh Gott. Oh Gott. Was, Sachse? Wir müssen Gas geben. Wurde dafür bestanden. Oh, what? Oh, Liquid. Sachse, ich glaube, ich fliege zu weit. Weiß bin ich noch. Ja, der Pro... Sachse, drück mich da doch rein. Bin da auch reingeflogen. Alter, ich habe nur so weit fliegen. Ich habe nur so weit fliegen. Alter, 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 ich habe nur so weit fliegen. Nicht mit Windschatten bin ich so weit geflogen. Okay, Vorsicht. Was für Erste. Ja, eben. Das war mega strange. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Jo. Items legt sich mit dem Sachsen an. Oh, Hand in Hand springen sie. Nochmal. Und einer. Wow. Wenn du dich mit einem nicht anlegen willst. Dann mit dem Sachsen. Der wünscht dir alle Krankheiten, wenn du nirgends. Ah, der fährt. Items. Schön sagen. Der solltet dafür, dass du die bekommst. Oh ja. Oh. 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 Nein, ich kann nicht kaputt gehen. Dankeschön. Ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Wow. Im Ernst? Ah, super. Die Röhren wieder. Ich hasse sie. Du hast angefangen. Direkt in der Aufdeck. Ziel. Genau. Bist du jetzt aus dem Spiel geflogen oder aus? Hä? Du hast ein Spiel zu oder von der Strecke? Von der Strecke. Nein, 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 nein. Du, die hat mir das Mord begangen. Warum seht ihr das aber? Du gehst ganz schnell wieder weg. Heute wurde ich aber zweimal fies gerammt. Schon wieder raus. Diesmal war es aber ein Schwarzer. Nein, 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 nein. Leid langfristig. Was war ich? Das warst du. Ich hab das. Jetzt hat mich gerade ein Schwarzer rausgehauen. Ich glaub der Sachse war das. Ich bin auch schwarz. Aber ich kam es wohl nicht an. Was? Ich war nicht bei der Nähe, Alter. Ich bin rausgeflogen. Äh. Nur weil sie schwarz ist. Oh, wie ist das? Sie war ein Schwarzer. Wuiiii. War es drei oder zwei Runden? Zwei war es. Zwei. Zwei. Zwei war und er ist direkt vor mir. Ich hab den Sprung nach dieser 180 Grad Nenvous Walride gemacht. Das ist jetzt im zweiten Looping drin. Ist das der zweite? Wie ist das? Was war denn hier los? Ist ein Checkpoint oben im Looping? Leck mich, fliegt man hier. Nö. Nö. Warum fällt man da nicht einfach geradeaus runter? Wer ist denn hier in den Posten gelegt? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, von was du gerade redest. Nö. Es geht doch nicht. Oben ist echt kein Checkpoint. Oh, oh. Hab ich... Oh, oh. Ich glaub, es war nicht gut. Die Frage ist, ob du... Hab ich dann auch gesehen? Hab mal gehört, ich überhole dich jetzt im Looping. Oh, oh, oh. Ja, ich bin auf. Voll am Fliegen, ey. Alles klar, Junge. War. Ich hab wohl falsch gehört. Zu weit geflogen, ey. Ich hab eigentlich gehört. Ich... Ich... No. Ich will keinen Windschlappen hier. Ein sauberes Fahren ist nicht so unseres, hab ich gehört. Boah, der ist so. Ja, der ist so. Checkpoint. Diese Röhre, ey. Diese Röhre. Bin nur am Schlittern. Oh. Oh, das war schön. Das war smooth. Ja, ähm. Du musst ein Looping nehmen, sonst hast du zu wenige Schwierigkeiten haben. Oh, das war schon besser. Ui. Ah. Ich hab keine Ahnung, wer erst mal gewonnen ist. Holy shit. Das war... Liquid. Echt? Ich schwör's dir, wir haben eine bestimmte identische Zeit. Das muss die identische Zeit sein. Autsch. Ach komm. Ich wünsch mir... Ich wünsch mir ein Ziel. Wer ist ein neunter? Ich. Oh, du warst. Nein! Vor einer Kurve. Oh, nee. Wow. Ja, was soll ich sagen? Oh, mein Gott. War das knapp. Ich will ein Zielfoto von sehen, bitte. Ja, bitte. Jetzt kommt dein Looping. Oh, shit. Oh, ja. 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 Shit. Jawoll. Wie war dein Rennen beendet? Ja, ich wollte an den Strand. Kann ich's verstehen. Ladies fahren noch. Schnauze. Ja, wie was euch den Vortritt, wisst ihr? Schnauze. Schnauze. Ja, aber irgendwer muss... Irgendwer muss noch 10.000. Das bin ich und Julie. Irgendwer muss hinten den Dreck wegmachen, ja. Naja. Ich bin an der Röhre vorbeigesprungen. Ja, 11.000. Das war mein Problem. Das war ja welchen dazwischen. Wenn man zu schnell ist, fliegt man dagegen. Ja. Cool. Holy shit, ey. Ja, war schon knapp. War schon sehr knapp. Wenn du zu den Horrorstrecken komm einem diese hier trotzdem irgendwie... Ich wette... Der Zielkreis ist tatsächlich... Einer müsste McFly jetzt einladen. Mh. Darf ich erstmal das Spiel auch, die starten. Hallo, magst du jetzt? Ja, aber die Einladung kann man ihm dann trotzdem schicken. Kannst du dann danach... Ja, wir sind doch... Wunderbar. Heels, wo was... Genau. Mich schwanz'n Ball. War nix. War gar nix. Das war noch... Wut nicht mal gerammt. Selbstverkackt. Lass ihn mal auf zwei Runden, weil wir mal drei Strecken fahren. Stickt McFly einfach die Einladung? Bin doch schon dabei. Weitermassen. To your life. Oh, Kinder, eicher Brücke. Ja, Gast einladen. Oh, Countdown. Oh nein. Vor dem Countdown. Oh nein, nicht die mehr. Was passiert dann in der Abläufe? Die mit dem Zug. Ja, die scheiß ohne Cancer. Oh nein. Okay, die wird gut oder? Ähm, wir nehmen hier wirklich die Akuma, wenn sie dabei ist. Ist sie nicht... Dann die Sanchez. Wie, was ist denn mit der VR? Die Akuma ist nicht dabei. Ja, die Akuma ist nicht dabei. Ja, du brauchst hier ein Bike, was gut auf Offroad ist. Wieso ist die Sanchez anders als die Sanchez's Beschriftung? Ähm... Nur die Beschriftung. Die Beschriftung. Erste Mal jetzt Controller und Motorrad. Also die Bärchen sind anders. Rad hochziehen, ist einfach Stick nach hinten, oder? Viel Spaß! Ich muss meine... Hey, wo ist meine Maske schon wieder hinten? Eine Motorradsachen anziehen. Einer ist auch weg. Wie setzt du den danach auf? Ähm, äh, bei den... Was dein Klamotten einmal rechts, links drücken. Mein No. Zu spät gemacht. Ja, ich weiß auch ohne Maske. Das ist jetzt blöd. Ich kenn' nicht so viel Gas drücken. Juhu. Aber mir hat die Maske wieder... Ja, eben, ey. Ich wollte den Schuh dafür anziehen. Ja, ich wollte den Schuh dafür anziehen. Ich starte mal als Erste. Es ist ja interessant. Obwohl ich nicht Hoss bin. Hoss Flickstar. Das war aber knapp. Nein, 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 nein. Das hast du Kunden daran, was auch immer war. Ich war es nicht Kunden daran, was ich scheu. Nee, das war Krabs. Was? Ich bin mit dem Ölze hin. Ist doch ne coole Membro. Oh. Oh. Wer ist denn hier der Schubser? Das ist so der Sachse. Mit der Passage kann ich nicht. Level 88, so ein Stahlhelm, so ein Algen. Das ist nice für DLT. So eine Spitze drauf. Fuck you. Das war richtig gut. Das war gemein. Das war aber gar nicht so geplant wie zu rammen. Wir waren einfach nur drinnen da. Und da sind alle angeditscht. Ich bin richtig fisch. Ich hätte es von jedem erwartet, aber nicht von dir. Ey, die Map ist doch mal cool. Ich hab hier vier Leute schon rausgehauen. Ich hab auch schon zwei rausgehauen. Die sind ganz schön stolz auf mich. Ja, ja. Oh, warum? Hier würde ich ja keinen Windschatten haben wollen, Sachse. Oh, da kommt der Sachse. Der Sachse war weggeflogen. Wir haben ihn gesehen. Oh shit. Oh snap. Oh snap. Oh snap. Ich hab keine Ahnung. Jetzt war da schön drauf. Das ist ja lustig. Nein. Das ist ja lustig. Oh nein. Das ist echt lustig hier, Kinders. Ah. Gut, Anne. Geschieht dir recht, Anne. Geschieht dir recht, Anne. Geschieht dir recht. Haha, ihr Fenner. Wurde ich vom Wagen? Nein, 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 nein. Kundran. Das geht nebeneinander. Ja. Kundran, du heißt Bescheid. Oh yeah, aufm Zug. Nils, du musst ja auch ein bisschen aufholen. Du schubst ihn runter. Kundran hat viele Punkte. Lief so gut. Das Ding ist halt, Kundran ist nicht der Feind. Du bist der Feind. Ja. Wieso ich? Du mich gerade gerammt hast. Der Elmunterlegner. Ich sehne mich nach Wache. Das war ja nicht. Ah. Wie ich einfach auf nem Zug verunglicken kann. Glück im Unglück. Oh. Passiert, ne? Ja, aber wie? Das ist ja. Zugunglück. Scheiße. Wer fällt denn vor nem Zug mit dem Motorrad und fällt dann seitlich um? Ah. Hey. Oh, da landen vier Leute, ey. Ja, da landen vier Leute. Und ich eier hier rum. Ja, und Crab zum zweiten Mal. Alter, das gibt Rache. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Du hast mich zum zweiten Mal vor der Strecke geschubst. Die Zange. Die Sonntagsfahrer. Wir ragen alle. Wuuu. 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 Boa, die Elmsart ist aber noch mal Schwein. Der Bordstein aber einkalkuliert. Boa. Aber du auch. Das war auch die Kalle. Ich seh ja wieder ein Match. Ich bin nicht das letzte. Gute Idee, die Elmsart hat nix gebracht. Du schubst mich in den Baum. Du hast einfach random gebremst. Es gab ja keinen Grund. Um die Kurve besser zu nehmen. So, nochmal das Gleiche, ne? Hätt' ich auch voll gut bekommen. Ich wär jetzt einen Meilen weit vorne, wenn du mich nicht nimmst. Meilen? Du wärst schon fast am Ziel, ey. Boa, hier ist aber ein spannendes Rett gerade. Hier sind ein paar Leute. Hier sind ein paar Leute. Hey! Ich wollte nicht über die Bäume da. Könnte der Mensch, der vor mir war, kurz stehen bleiben? Ah ja. Äh, nein. Jetzt keinen Windschatten kriegen, Leute. Der Windschatten ist kacke. Ich will jetzt keinen Windschatten. Der Windschatten hat's nie. Nein, nein. Nein. Warum gewinnt der wieder, ey? Ja, hab ich gern gemacht. Kein Problem. Boa, das wird gleich spannend auf dem Zug. Zugbäschte. Boa, fuck. Das ist schiller. Nein, nein, nein. Ey, du Mensch, vor mir bleib mal stehen, dein Brems nicht ist kaputt. Ich will das reparieren. Ach komm schon. Ich muss dich wieder... Nein. Oh, jetzt hole ich mir item. Nein. Oh, jetzt hole ich mir item. Nö, dann habt ihr Köpf runtergeschlossen. Das ist gut. Nö, dann habt ihr Köpf runtergeschlossen, das ist gut. Nö, dann habt ihr Köpf runtergeschlossen, das ist gut. Nö, dann habt ihr Köpf runtergeschlossen, oder? Nö, dann hab ich dich auch nicht. Jetzt könnt ihr schön vorne sein, die letzten beiden graden sind die wichtigen. Ja, das stimmt. Das ist doch mal ein Klassiker hier. Das ist ne gute Map, ich kannte die noch gar nicht. Echt voll nice. Oh scheiße. Jetzt wird's interessant. Jetzt komm's drauf. Ja, ich hab geklechten Karten, weil ich vorne bin. Ja, das ist richtig. Vielleicht lassen wir dich auch gerade vorne fahren. Ich mach nicht schon wieder den Manus letztens gemacht, den ich mit Manus gemacht habe. Und lasst euch dann vor und kann nicht mehr beschleunigen um euch einzuh- Ja, fuck. Geist, da wird das nicht gewonnen. Wollt gar nicht weiterreden. Ja, eins vorbei. Kann nicht sein, das ist ja so weit. Ich bin jetzt doch nach rechts drin geschoben. Das war ja klar, dass hier Strafe gibt. Scheiße. Nils. Was habt ihr denn da gemacht? Ich wollte da doch mit Nils kämpfen. Ich hab's gesehen. Wir haben schon nicht gewinnt. Wir haben beide vor mir. Und dann auf einmal habt ihr so die Gretchen gemacht. Jetzt kommt Faxen Gaming noch. Und Kudras. Nein. Ich hab's in der Luft gerammt dadurch. Ah. Ich hatte einen Arsch nach hinten. Nein. Nein. Wieso ist eigentlich immer Julie diejenige, die man spektatert? Weil ich immer die Letzte bin. Ja. Aber ich war ganz lange vor Items. Okay? Naja, also... Ja, ja, ja. Also wenn du vor mir gewesen wärst, wärst du ja jetzt nicht unterwegs. Ja, du hast mich dann überholen. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Ja, aber ich hab nichts geschafft. Also Anne spürt immer den Anti-Mate. Ja. Also ich hab gerade Anne richtig kennengelernt. Will war durchs Ziel. Ja, so bin ich. Wurde sie dich runtergerammt? Direkt am Anfang. Bamm. Vor der Rampe. Ja, das ist an. Ja, gell? Bitte. Das war ihr Gefühl, dass das Ziel am Ende weiter nach vorne geht. Ja, ja. Wir werden besser, Kinder. Passt up. Also der eine Sprung. So, Junge. Wir haben auf jeden Fall den Legdale nicht geschmelzt. Ich hatte ja auch ein anderes Sanchez als ihr. Hier in der eher schnellere Bike. Genau. Wir hatten die nicht lackierte. Die hat weniger Lack und die schneller, weil sie weniger Gewicht. Ja, ich hatte die auch nicht lackierte. Ja, ihr hattet alle die nicht lackierte. Nur ich. Hä? Ich hatte die nur lackierte. Ja. Also in der Liste schon nur eine lackierte. Komm, willst du noch eine Runde? Ja, genau. Ist nur Point to Point. Meine war grün. Ich weiß das. Oh, ist aber lang. Ganz direkt los, Mann. Ich hab die regelmäßigen Augen verloren bei den ganzen Gebüschen. Ich nehme den T20. Alles klar. Dazu muss ich wieder meine Klamotten ausziehen. Ja, jetzt kannst du deine Klamotten nehmen. Ja, ich hab endlich meine normale Klamotten. Mietz, Mietz. 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 Welche Farbe hat Freezy gewählt? Rot. Rot. Ne, glaub ich nicht. Den machen wir fertig. Doch, Freezy ist rot. Ich hab auch extra rot gewählt. Oh, Fernsteller oder was. Aber davon sind nochmals zwei. Da vorne rechts ist er. Ja, da war Freezy, ja. Der Steil ist schon wieder auf der Strecke, ey. Der Block hier wieder. Oh, in Sachsen zieh ich hier ab, ey. In der Gwaden. Oh, das ist mir nicht geheuer. Oh, der Weiße. Oh, der Weiße. Oh, das ist mir nicht gesungen. Oh, der Weiß. Das Straßenschild war so lieb. Oh, der Weiß. Ich hab nicht hier kacko. Du bist doch nichts rübergezogen. Alter, Dalu. Ja, was? Denkt dran, jetzt kommt gleich die... Scheiße. Oh, Juli ist richtig abgeflogen. Jetzt kommt das Schlimme, auf der Garten willst du nicht gerammt werden. Holy Shit! Tschüss, Sachse, ich bin dazu auch rausgeflogen, aber egal. Oh nein, da ist zu wenig Platz! Ey, was machst du? Ich wurde gerade von 10.000 Leuten gerammt. Also, ich will schon freiwillig. Ganz easy, Tau Tau. Alles bestens, alles geht weiter. Wer steht denn da im Tunnel? Wer steht denn da alles im Tunnel? Crazy you! Oh shit! Kannst du nicht einfach gerade ausfahren! Crazy! Was ist denn da so schwer, als ob man das auch nicht zu treffen? Oh, da waren auch viele Leute. Anne, du bist 5. Ich hab gedacht, du bist Anne, Entschuldigung. Das ist da vorne muss Items sein auf der 3. Das heißt, da vorne sind nur die schlechten. Ja, komisch, dass wir vorne sind. Das ist witzig, ne? No, 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 no. Noch Backslip! Wo ist die ganze gestartet im Tunnel? Items, was die Tricks? Lol. Wer pflückt denn dadurch? Wer pflückt? Okay. Oh, das war nicht gut. Nochmal drehen, Juli! Nochmal drehen! Ja! Komm schon! Yes! Ganz normal dran vorbeigefahren. Ja, ja. Ganz normal. Das ist ganz normal. Da vorne kommt die Kurve. Deswegen mach ich mir Sorgen. Aber es ist extra nicht. Komm, wir können doch gewinnen. Jetzt halte ich da in einer Spur. Tautor, ich hab dich schon mal vorgelassen. Ey, wir kriegen keinen Windschatten. Rämmen, fuck! Jetzt krieg ich einen. Du bist voll an der Rampe vorbei. Rämmen ist der Loser. Hier gibt es eine Lange. Das tat echt weh. Anne, komm. Ich würd Gas geben jetzt. Anne, wir rammen. Ja, wir rammen. Ja, wir rammen immer. Wer, wer, wer? Oh, Freezy wieder, Mensch. Freezy, wir hast nur wieder gerammt. So wunderbar auch. So wunderbar auch. Nein! Was soll denn das? Okay, die Lenkung vom Auto ist immer. Scheiße. Anne war das. Ja, dann musst du mal kaputt gehen. Dann bist du wieder fresh. Du bombst mich rein wie ein Tischtennisball. Was ist los? Komm, Anne, du kannst gewinnen. Es sind nur noch zwei Kurven. Wenn wir jetzt richtig fahren. Komm, Anne. Oh, Gott. Ich will Anne mal gewinnen sehen. Oh, nein. Haben wir das schon? Wir haben jetzt Platz 1 und 2 gesichert worden. Gerade. Wieder mal. Was habt ihr gemacht? Anne rammt alle. Wann ich das so? Ich will erst mal weiterfahren. Ich fahre da lang auf dem Auto entgegen. Ich fahre da lang auf dem Auto entgegen. Das war nicht absichtlich. Ich möchte einfach zwei sein. Wer denn breit zügen? Ja, alles gut. Anschieben, 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 anschieben. Mal links. Oh, da vorne. Da vorne kann ich überholen, wenn ich schmutzig fahre. Ich fahre mal nicht schmutzig. Wenn ich schmutzig fahre. Immer schmutzig fahren. Einmal schmutzig, genau. Immer schön schmutzig fahren. Das gefällt dir, Anne. Schmutzig ist gut. Schmutzig ist immer gut. Schmutzig ist das neue Orange, oder was? Schmutzig ist das neue Clean. Das neue Kack-Smiley. Oh, ich bin doch wieder runter. Hui. 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 Ah, so weit hinten sind wir ja gar nicht. Ah, Sekunden! Nein! Komm schon! Nein! 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 Wenn die Strecken eine Sekunde länger gewesen wären. Junge, ich dachte wir wären voll weit hinten, aber wir sind einfach so weit auseinander gewesen. Nein, was soll denn das? Es ist 10 Sekunden Unterschied zwischen ersten und ersten. Alter, was soll man denn da? Was ist das? Ich hab leider den Windschatten super spät, dass wir den Bock haben. Er ist so und auf der Geraden. Ey, ich merke, dass du vor mir Windschatten legst. Ja, aber du bist ja... Ah, da bist du vorbei! Ja, aber leider zu spät. Jolie! 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 Oh nein! Was denn? Ich find's gut! Hast du's noch geschafft? Ich weiß es nicht, das ist jetzt die Frage, hab ich Sachse noch überholt oder nicht, weil wir sind echt gleichzeitig grob geworden. Du bist vor, weil ich hab' abgebrennt. Wie du hast gebrennt. Ja, ich würde dich noch querschieben! Ja, ich würde dich noch querschieben! Den Tau-Tau hat gewonnen, hä? Du bist vor mir, oder? Ich bin mir auf die Zeit gespannt, Jolie! Ach, ne! Nein! Boah, guck mal! Die ersten vier, alle drei, fünf, 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 fünf! Hey, sag's dir mal! Die ersten vier, ey! Maxi McFly hat down-gevotet! Damit ist der erste Part zu Ende von dieser Session. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Guck mal, schon Juli überholt! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, bis hin und ciao! 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 Ciao!